Mein Name ist Maja Harald, ich bin WIMA Royal Ambassador. Nach meiner beruflichen Karriere als Radrennfahrer habe ich gesucht, eine Arbeit zu finden, die zu mir passt, hinter der ich auch 100% stehen kann. Auch bei mir selbst habe ich gesehen, bevor ich mit WIMA begonnen habe, ich habe ein paar falsche Entscheidungen getroffen, habe eigentlich so gut wie alles verloren, war eigentlich bankrott, hatte damals einen zurückgewiesenen Konkurs und habe es geschafft, jetzt in diesen acht Jahren mir wirklich wieder ein stabiles, großartiges Einkommen zu erarbeiten. Mich motiviert im Leben ganz besonders, wenn ich eine Aufgabe habe, etwas, ein Ziel, ein Ziel zu erreichen, ein Ziel, das realistisch, es muss nicht leicht, es muss nicht einfach sein, aber es muss realistisch eine Herausforderung sein, das Gefühl zu haben, für viele Menschen etwas Gutes zu tun, ihnen zu helfen. Diese Arbeit ermöglicht mir, mein Leben so zu gestalten und zu leben, wie ich es bin, weil ich eine vollkommen freie Zeiteinteilung habe. Ich bestimme, wann ich arbeite, wann ich Pause mache. Das ergibt einfach eine Lebensfreiheit und auch die Zeit für meine Familie, die mir sehr wichtig ist. Das ist eine Parallele zu meinem früheren Beruf als Radrennfahrer, da war ich natürlich immer unterwegs und auf Reisen und das ist ein Teil, den möchte ich natürlich nicht missen. Ich bin gerne unterwegs, ich bin gerne in verschiedene Länder und das bietet mir diese Arbeit. Wenn du diese Arbeit seriös und ernst nimmst, ist es eigentlich garantiert, dass du einen wirtschaftlichen Erfolg hast, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis du auf Menschen triffst, die auch dieses Geschäft dann ernst nehmen und dann ihre eigenen Ziele realisieren und du davon mit profitieren kannst. In dieser Arbeit beginnst du natürlich dort, wo du zu Hause bist, wo du deine Freunde hast, wo du deine Bekannten hast und hilfst denen, ihre Ziele zu realisieren und gehst dann schrittweise immer weiter hinaus, so wie es jetzt bei mir ist. Ich arbeite jetzt in über 20 Ländern auf der Erde, ich bin unterwegs. Das Wichtigste, um glaube ich auch wirklich erfolgreich zu werden in dieser Arbeit, ist, dass man sich komplett mit dem Produkt identifizieren kann. Und wenn man diese Begeisterung einmal in sich spürt und hat, dann ist es ein total leichtes, das mit anderen Menschen zu teilen.